Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Tag. Eine Strahlefrau war Schlagerstar, Stephanie Hertel, ja schon immer. Doch irgendetwas ist anders als sonst. Ja, sie zeigt sich fröhlicher, denn je, sie wird locker und entspannt, ja geradezu befreit. Ganz exklusiv krempelte sie in meinem Interview ihr Inneres nach außen und packte alles aus. Ein Neuanfang ohne Ehemann Lenny. Das steckt genau dahinter. Alles läuft so, wie ich es mir erträumt habe, erzählt die Vogtländerin. Klingt ja alles fantastisch, bliebe da nicht eine Frage, wo bleibt da die Liebe? Sie zeigt eine SMS, die Lenny angeblich geschrieben hat. Stephanie zieht aktuell ihr eigenes Ding durch und wirkt so, als hätte sie sich von den Lasten der Vergangenheit jetzt endgültig befreit.